Auf dieser Zugreise in die Berge ist mir dieser Vogel, dieser Rat noch im Hinterkopf. Ich bin dann auf diesen Felsen herumgehockt. Der Vogel hat dann immer geschaut, was ich mache. Zwei Dinge kamen mir in den Sinn. Einerseits die Geschichte vom Kabat, wo ein Vogel eigentlich jemand ist, der verzaubert ist. Und das Zweite ist, dass ich eine riesige hochachtige Nietzsche empfunden habe. Der musste sich nicht bewegen. Er stellte nur die Flögel und schaute, was ich mache. Er kreiste und dachte mir, den muss ich nie einkaufen gehen. Die Zugfahrt hat uns durch verschiedenste Vegetationen und Landschaften geführt. Hier geht es drehen den Meter ab. Das sind schon rechte Schluchten, die auch fast nicht zugänglich sind. Uns transportieren fünf Locken. Also auf 2800 Meter rauffahren vor Meeresspiegeln. Da braucht es schon gewisse Kraft. Und tatsächlich sind auch viele Einheimische in diesem Jeppe, in diesem Zug gereist. Und es ist schon so, dass gewisse Indios noch kein Spanisch können. Also durch das natürlich sehr marginalisiert sind am Randleben. Aber es ist schon eine Tatsache, dass Indios Sprachen dort noch sehr lebendig sind. Und das Spanische nicht vor allen Leuten gesprochen wird. In Krell selber ist das dann auch sichtbar geworden. Weil die haben so öffentlich an der Wende so Diktionär gehabt. Also einerseits die Indios Sprache und auf der anderen Seite das Spanisch. Unsere Cowboy hat sich hier die Farbe hingegeben. Und das ist schon eindrücklich. Ich selber habe mir auch eine Schere gekauft. Wie hätte es dann im Winter ausführen können. Eindrücklich ist schon die Farbe gebracht. Auch die Sicherheit in dieser Farbgebung. Wie jetzt zum Beispiel das Lädchen. Und es hat der Alltag wieder gehabt. Und unserem Ritual, ein Pneu zu flicken, sind wir an dieser Stelle wieder nachgekommen. Dann Richtung Mexico City und sind gespannt gewesen, was da kommt. Ich habe noch eine Hemmungslose am Strassenrand geseltet. Keine Angst mehr gehabt.